Ich brauche Stripper. Ich brauche Stripper in the house. Ah, so weird. Berlin ist Deutschlands Partyhauptstadt und sie ist die Kanzlerin des gepflegten Exzesses. Xenia Prinzessin von Sachsen. Morgen schmeißt die Eventplanerin ihre Geburtstagshause und die muss knallen. Heute gibt es Stripper-Casting. Ganz ehrlich, das ist eine meiner... Ich brauche Stripper. Ich brauche Stripper in the house. Wir haben Ladies Night, wir haben Bedarf und jetzt muss es passieren. Welche Anforderungen habt ihr denn jetzt an die Jungs? Das sah schon gut aus. Oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also da wir ja in Berlin sind, sind die Anforderungen eigentlich sehr gering. Sehr niedrig, würde ich sagen. Also ich würde mich freuen, wenn Boys dabei sind mit schönen Haaren. Also Haare, ich finde Zähne wichtig. Zähne oder Zähne? Also das Gesicht muss einfach stimmen. Es muss reinkommen und man sagt, wow. Ihr denkt euch sicherlich, das wird heute der Tag der Tage für mich. Ich werde mich so freuen. Das wird das Erlebnis schlechthin für mich. Ich treffe auf männliches Stripper. Ich habe aber jetzt schon meine Probleme damit, weil ich bin so unexpected überhaupt nicht der Typ für sowas. Irgendwie, dass ich da so rumschreie und sage, uh, zeig mir dein Panel. Nein, interessiert mich gar nicht. Also ich finde das irgendwie immer so sehr unerotisch und mega unsexy. Sehen sie sich eigentlich komplett aus oder wie muss ich mir das vorstellen? Wollen wir, weil immer wollen wir, dass sie sich komplett ausziehen, ist die Frage. Ja, wenn es ein geiler Typ ist. Na ja, üblich macht man ja immer so, dass die dann sich vorne irgendwas vorhalten. So einen Knackarsch könnte ich merken. Vielleicht machen die ja auch so eine Prothese ran oder so, weißt du? Das gibt es ja auch. Hä? Ja, kennst du es nicht? Nee. Manchmal haben die auch so eine Prothese, hier wie im Film, so eine steife Prothese. Wirklich? Ja. Ja gut, ein bisschen schummeln darf man ja. Fürs Rekrutieren der Stripper ist das wandelnde Waschbrett Fabio zuständig. Xenia will Männer, Xenia kriegt Männer. So ist es auch. Xenia hat morgen Geburtstag. Und da ich auch sehr weiß, dass ein Stripshow sehr gut rüberkommen kann, dann denke ich mir, ich will Freunde an, die nicht mit einem Stripshow zu tun haben, aber die top sind, cool aussehen und die gut aussehen, die top sind. Ich möchte, dass Xenia dabei ist und dass sie auch auswählen kann, wer für diese Stripshow am besten passt. Ich fühle mich gerade, als wäre ich in einem Traum gelandet. Xenia, die sind alle hier für dich. Ich habe die alle für dich besorgt. Alle meine Freunde sind dabei. Uh, ich bin so gespannt. Ich habe sogar der Credo. Guck mal, der ist da. Ey, Credo, ich weiß. Der Hals ist ein bisschen steiger. Und du und Gina und Gina, die werden so die Jury sein. Mit mir zusammen. Wie wäre es, wenn ein paar der Jungs dir zeigen, was sie drauf haben für Stripshows? Wir zeigen mir das oder ich zeige dir das? Wir zeigen dir das auf deinem Körper. Ach so, nee. Nee, 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 nee. Weil wir hatten gestern eine Schmelzkäsesuppe und das ist nee. Welche Schmelzkäse? Gino, Gino. Gino Bormann und der Schmelzkäsevorfall. Bei Gott, wirklich. Der Junge hat Laktose, so wie wir fast alle. Und knallt sich am Abend vorm Dreh nochmal richtig pfefferlich schön den Schmelzkäse rein. Sein ganzer Magen-Darm war voller Käse. Und er hatte so Bauchschmerzen, hat sich so dick gefühlt. Und dann wird er bestrippt. Und ihr wisst, schwierig. Ob der coole Gino auch gleich schmilzt wie ein Schweizer Fondue-Käse? Man darf gespannt sein. Ausgerechnet der Schmelzkäse-geschädigte Gino muss als Tester für Xenia Stripper herhalten. Oh mein Gott, ey. Ich hab gesehen, dass Gino ein bisschen geschwitzt hat. Da hab ich mich irgendwie gefragt, ist diese Stripshow für ihn too much? Ich hatte absolutes Mitleid mit Gino, als er dann da auf dem Boden irgendwie gekraxelt ist. Und ich hab aber auch aufgegeben. Also ich dachte da so, boah, ich kann ihn auch jetzt gerade nicht retten irgendwie. Und will er gerettet werden? Man weiß es ja auch immer nicht so genau, ne? Das war toll. Das war wirklich toll. Oh, ich kann nicht mehr. Wie tut alles? Hast du so toll geleistet? Also das Schöne ist, ich bin ja bei ihrem Geburtstag nicht dabei. Also ich hab sie schon genug unterstützt in ihrem Leben mit ihrer Wohnung. Der tapfere Gino hat seine Pflicht als Vorschwitzer erfüllt. Jetzt sind die Damen der Schöpfung dran. Bleibt die alles entscheidende Frage, können Fabios Hobby-Stripper restlos überzeugen? Ich fand es alles sehr merkwürdig. Ich hab's doch nicht verstanden. Und ich hab auch denen irgendwie nicht in die Augen geguckt. Und dann hat der eine mir seinen Bauch so hin. Und dann hab ich gemacht, weil ich instinktiv wieder irgendwie die Mutterrolle durchbrach. Und irgendwie auch keine Ahnung mehr hatte, wie ich mit einem nackten Mann von meiner Sicht umgehen soll. Ehrlich jetzt. Ah, so weird. Also, was sagt ihr von meinen Jungs? Geil. Geil. Ich dachte auch kurz, er küsst mich. Ich war bereit. Ach! Ich war bereit. Ich war so, ja. Ja. Bitte. Das zeigen wir deinen Mann lieber nicht. Ich hab keinen Mann. Oh! Ich bewundere jeden, der dann erst mal sich irgendwie bereit erklärt hat, da so zu strippen, irgendwas zu performen, irgendwas zu machen. Weil die hatten ja schon alle irgendwie ein Talent dafür, erstaunlicherweise. Aber wie gesagt, ich fand das Ganze sehr cringe und sehr, sehr schwierig. Danke, Gino. Wir haben deine Meinung zur Kenntnis genommen. Aber das letzte Wort hat Xenia. Um ihren Geburtstag geht es hier immerhin. Das sind schon Sahneschnittchen. Also, ich fand auch Danny supergeil, der sich eben nicht ausgezogen hat, aber einfach geil getanzt hat. Das ist halt auch, man muss ja auch nicht immer so da irgendwie auf der Tanzfläche vermöbeln, sondern kann auch einfach sich schön bewegen, ne? Wuhu! Dankeschön! Ja! Auf Xenias Geburtstag! Danke auch dir, ne? Dass du die alle angeordnet hast. Das ist so geil, ey. Ich hab mir so viel möglich gemacht. Ich hab jetzt viel weniger Angst, wenn ich nicht alleine auf der Bühne stehe, sondern geile Männer habe. Du bist nicht alleine. Wuhu! 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 Danke! Nicht, dass unser Powerriegel aus Mariendorf bühnenscheu wäre, aber mit den richtigen Leuten macht es halt einfach noch mehr Spaß. Xenias Geburtstagsparty kann kommen!